Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal ein bisschen so über mein Leben sprechen, weil es hat sich so einiges getan. Es gibt jetzt ein paar Sachen, über die ich halt auch so mit euch sprechen kann und möchte. Und ja, wir fangen einfach mal mit dem aktuellsten an, denn ich habe, wie man vielleicht auch merkt, bin ich krank und ich habe tatsächlich einen positiven PCR-Test. Das heißt, ich bin jetzt gerade erstmal in Quarantäne. Also, es ist für mich jetzt persönlich in Ordnung so, aber ja, danke auf jeden Fall schon mal an die Leute, die mir schon auf sozialen Medien geschrieben haben, dass sie mir eine gute Besserung wünschen. Das hat mich sehr dolle gefreut. Grundsätzlich, ich habe nur ein bisschen Halsschmerzen und Husten so, Nase sitzt zu, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut, was ganz angenehm ist. Also, es ist auf jeden Fall aushaltbar so, weil ich hoffe, dass sich das auch jetzt nicht verschlimmernd. Und ansonsten freue ich mich auch über das positive Feedback zu meinem gestrigen Video. Es ist ja sehr selten, dass ich tatsächlich freitags ein Video hochlade. Also, beziehungsweise ist es, glaube ich, bisher noch gar nicht so vorgekommen, seitdem ich jetzt Sims-Content mache, weil eigentlich habe ich ja, wenn dann Mittwoch und Samstag die Tage. Aber ja, ich hatte halt nun mal diese Idee und habe die meinem Freund präsentiert und der meinte halt so, ja, lad das doch am 1. April hoch, weil das würde doch dann halt ein bisschen passen so. Und ja, also ich bin ja kein Mensch, der irgendwie den 1. April großartig toll findet oder das feiert oder so. Also, ich habe jetzt auch noch nie so ein April-Scherz-Zeugs gemacht. Ich fand das halt aber dann doch passend. Und das ist ja auch nichts, was irgendwie in irgendeiner Form Leute auf irgendwas hypen könnte oder in irgendeiner Form schadet. Also, deswegen fand ich das eigentlich ganz witzig. Also, ne, also ich hätte das Video auch ohne den 1. April hochgeladen. Aber ich dachte, das wäre jetzt halt einfach wegen dem Datum noch ganz passend. Also, es freut mich auf jeden Fall, dass es euch so weit gefallen hat. Ich hatte. Dann wollte ich auch noch ein bisschen darüber sprechen. Ich hoffe, dass man das merkt in den Videos, dass ich ein bisschen motivierter wieder bin. Also, noch mehr als sonst. Denn im Februar, also 1. Februar, da habe ich meinen Arbeitsplatz gewechselt. Und dort geht es mir halt schon besser so. Ich muss weniger Stunden die Woche arbeiten. Und demnach habe ich halt mehr Ausgleich. Und ich finde, das merkt man in den Videos. Ob ihr das merkt, weiß ich nicht. Aber ich merke es auf jeden Fall. Und das finde ich auch schön. Ich hatte auch schon mal in der Instastory gesagt, dass ich gern wieder zwei Videos die Woche bringen möchte. Oder zumindest häufiger mal zwei Videos. Aber so ganz kriege ich das noch nicht hin. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das möglich ist, sobald ich wieder nur Schule habe. Ich möchte halt nichts versprechen. Aber ich würde es mir einfach persönlich wünschen, weil ich habe tatsächlich schon Lust, Content zu produzieren. Ich schaffe es halt aber einfach zeitlich nicht. Wenn ich nach Hause komme, bin ich meistens so kaputt, dass ich halt dann am liebsten einfach erstmal Nickerchen mache. Und deswegen wollte ich halt... Ja, also ich kriege es halt gerade einfach nicht hin, mehr Videos die Woche zu machen, obwohl ich es halt gerne würde und sich das auch manche ja wünschen würden. Also ich kriege ja schon ab und zu Nachrichten, wo dann gesagt wird, boah, eine Woche warten ist halt schon manchmal schwierig. Und gerade auch wegen den Let's Plays ist es halt blöd, dass die halt immer nur alle paar Wochen kommen oder sogar nur einmal im Monat oder alle anderthalb Monate nur. Es wäre halt schön, wenn das halt regelmäßiger kommen könnte. Weil so habe ich das Gefühl, werden diese Let's Plays alle niemals enden, niemals in ihrem Leben. Ja, und das wäre natürlich auch schön, wenn... Also klar, ich möchte auch irgendwie nicht, dass die enden, aber andererseits kann ich die jetzt ja nicht fünf Jahre lang auf meinem Kanal haben. Also das fände ich zumindest blöd, bin ich ehrlich. Es wird sich in Zukunft bestimmt irgendwie eine Lösung finden, wie ich halt mehr Videos machen kann. Und wenn ich es auch jetzt, während ich noch arbeite, irgendwie schaffe, dann kommt auch mal Mittwoch so leicht ein Video, wenn ich es halt irgendwie hinbekomme. Gerade wenn ich jetzt Urlaub habe oder so, dann kann ich es ja bestimmt hinbekommen irgendwie. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Also ich mache mir da auf jeden Fall nicht mehr so viel Stress, weil ihr seid ja ja auch super verständnisvoll. Also das finde ich auch sehr, sehr schön. Also, dass ihr da auch gesagt habt, also macht ihr keinen Stress. Es ist auch okay, wenn mein Video ausfällt und so. Also ich bin die Einzige, die mir maximaler Stress macht. Und das ist aber jetzt auch schon viel weniger geworden. Ich denke, das war erstmal soweit alles, was ich sagen wollte. Also ich schaffe es auch gar nicht mehr, mehr so viel mehr zu sprechen. Ich habe die ganze Zeit schon zu Hustenanfälle in diesem Video, die ihr ja zum Glück nicht mitbekommt, weil ich die raus schneide. Aber ja, ich sollte mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen schonen. Deswegen hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen, wo es mir dann hoffentlich schon besser geht. Bis dahin und Tschüss!